ja moin leute wollte mal ein kleines video machen ich habe jetzt mein fahrrad 1200 kilometer gefahren und wollte mal sagen wie der stand der dinge ist also im winter habe ich das bekommen lief sehr gut denn ab april habe ich probleme bekommen da ist mir ab und zu immer der motor ausgefallen habe ich bei rose und termin gebucht hat einen monat gedauert war ziemlich lange das fahrrad eingebracht nach zweieinhalb wochen mal nachgefragt ja wenn da keinen fehler finden haben dann neues update drauf gemacht da problem war aber immer noch dann habe ich dann noch mal wieder angerufen dann konnte ich das gleich den nächsten tag vor ladenöffnung das fahrrad da dann hinbringen ein fachmann hat sich das fahrrad angeguckt dem motor bei ihm ausgebaut die stecker noch mal wieder rauf und stecker war anscheinend nicht richtig drauf und jedenfalls seitdem ist das problem beseitigt fahrrad läuft sehr sehr gut also man kann es auch ohne motorunterstützung sehr sehr gut fahren fährt sich wie ein ganz normales kreppelbike die reichweite ist enorm also ich komme im eco modus was eigentlich immer vollkommen ausreichend fast 200 kilometer weit im flachen jetzt man kann auch größtenteils ohne unterstützung fahren ja es läuft sehr komfortabel muss man sagen was sich geändert habe ich habe einen etwas höheren lenker drauf gebaut die sitzposition im original lenker ist sehr sportlich das muss man wissen trotzdem läuft das fahrrad sehr komfortabel aber eben halt für längere touren ist es eben halt angenehmer mit einem etwas höheren lenker also fünf zentimeter geht ohne weiteres mehr gibt es da eigentlich nichts zu sagen wie gesagt ich bin voll zufrieden mit dem rad kann mir gar nichts besseres vorstellen ich habe vorher so ein 25 kilo rad oder 26 das ist überhaupt kein vergleich also dieses fahrrad das fährt sich im prinzip wie so ein rennrad nur eben halt mit motorunterstützung wenn man es mal haben will also daumen hoch 10 es 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 es